Dieser Duschkopf kommt aus Bayern und verändert dein Duscherlebnis. Jetzt kannst du gleichzeitig deine Dusche genießen und Wasser sparen. Ich konnte es ja kaum abwarten. So viele Duschköpfe kommen ja aus China. Meiner nicht, meiner wird hergestellt in Deutschland. Der kommt aus Süddeutschland. Er wurde handverpackt. Er sieht super hochwertig aus. Und das fühlt man. Und ich finde, man sieht es auch. Ich kann es kaum glauben, wie super einfach der Duschkopf zu installieren ist. Man spürt einfach sofort einen Unterschied. Und man merkt auch, dass es ganz hochwertige Materialien sind. Der Duschkopf hat drei verschiedene Modi. Und diese Mikrolöcher sorgen für einen höheren Wasserdruck. Dieser Duschkopf filtert und spart Wasser. Die Griffe hier sind mit Zeolidkugeln gefüllt. Hier ist Aktivkohle die einzigen beiden Materialien, die wirklich Wasser filtern. Ich bin so happy, dass ich diesen Duschkopf gefunden habe. Ich kann euch nur empfehlen, testet es. Ihr habt kostenlosen Versand und ihr habt Garantie auf diesen Duschkopf.